so wir sind wieder da ich höre mich noch nicht so leise jetzt aber jetzt höre ich mich jetzt ist besser ja ja so nix wieso hörst du nix weiß ich nicht ich habe leise gemacht du hast da leise gemacht hier so naja so alles gut ja ja perfekt so ich so noch die strecke raus gerade und die aufgabe keine einsendung ich glaube nie pause lasse ich noch an bis ich es geladen habe wie ich hab's verraten weißt du rottenthal rodachtal rote 1 0 5 1 0 5 und ag ag habe ich nicht runter was im rollmaterial war hier ja 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 bin ich noch nie gefahren machen wir auf start regional shuttle und mama so so bin ich mal gespannt wunderschön ja wurden da wunderschön da habe ich noch nicht haben wir gar nicht im sendeplan dann wir müssen spontan raus nehmen oder rein geben so müssen auch noch ein zwei sachen gleich installieren in der nächsten pause wie bitte also weil wir so gut vorbereitet sind habe zwei stunden vorher gesagt perfekt vorbereitet mittwoch 8 1 2017 schönen guten abend dein zug der ag 846 83 den heute von hof hauptbahnhof nach bad steben fährt ist gerade pünktlich von deinem arbeit von einem kollegen aus mark trewitz hier angekommen er meint bislang seit nichts auffälliges passiert es sieht also nach einer normalen fahrt ausgehalten wird an allen unterwegs bahnhöfen dabei sind die haltepunkte stegenwaldhaus rotenbürg höllenthal nur auf bedarf wie drückt da einer hinten im zug halte wunsch wird rechtzeitig ausgelöst und nicht etwa während der durchfahrt des bahnhof so dass du dich auf den halb vorbei also ok rüste nun den zug auf pcb sie war licht und lass die frage ist dazu steigende zeiter wurde schon von kollegen auf bad steben eingestellt wünscht eine gute fahrt mache ich wenn ich wüsste wie was sehr hässlich ist der helder ist der hässlich macht doch hier leise das so wie keiner sagt nicht so wie gesagt wie weiter türen geschlossen ich muss jetzt mal mit t auf türen sind auf der rest ist wie dtg rollmaterial ja was muss ich denn mit steuerung und dann genau und das andere auch so sie verpzb ist dran und sie hat das signal sie verdient es ist ein tenter entern oder man locken oder kohle entern nummeren block also der rest ist aber hier jetzt ja tür piept was er hieß war ich entern nummeren block es gibt kein tag bleibt doch gibt es aber ist an schon ja ich glaube mehr gibt es da nicht keine instrumenten licht scheibenwischer retarde retarde ist bremse motorbremse wir haben bus ja ich war ein bus das ist ähnlich wie ein bus instrumenten licht habe ich gefunden der bleibt ist schon an passende leipzig anzugsspitzensignal habe ich gemacht von außen guck mal nach dem was sind nach dem halte wunsch ist jetzt los wo der farbe war schon mal los aber gucken noch mal nach dem halte wunsch habe ich hier nichts der fahrt verlos der müsste müsste hier irgendwo sein oder gelb oder gelb da muss auch fahren wissen ja weiter wenn der leuchtet ja genau wenn er leuchtet weiter so passt auf den chat auf ja die fahrt hinter block alle tasten machen drückt ich wollte mich jetzt extra befreien aus dem wechsel blinken aber das klingt ja noch der quatsch warum klingt ja noch ach so hier 40 ich habe echt nicht geübt dann kriegt so einen blöden bus ruckelten bus ruckel der rülp so genannte ruckel bus das ist wichtig ist echt wie bus fahren ja willkommen zum neuen um sie video haben nur bier getrunken kommen nämlich schon befreit raus ja war der pzp sie verabend sich zum stehen kommt ja ich habe doch kein bleibt an ich habe es gesehen hat geleuchtet bergauf hier los gib gas also das auf jeden fall die lampen sind an ich habe das vorher schon gesessen doch ja vorne hast du auf jeden fall zug spitz beleuchtung zu ja es ist auch im cap nicht mehr so dunkel es kämpft nicht mehr ganz schwarz kann vielleicht sehr anwürdig sein witzen muss noch zwangsen nachrollen ja kommt noch kommt noch bleibt geduldig bleib geduldig so ein ähnliches ding fährt auch auf der s7 in wuppertal ich finde das so hässlich auch 50 bzp hat er nicht ne hat er nicht gejuckt ne hat er nicht der mich hat schon andere seitefotos geschickt könnt ihr auch noch machen wenn ihr fotos schicken wollt die euch betreffen und wie ihr in den stream guckt könnt ihr gerne ein foto schicken ich glaube an leistigen ausrufezeichen bilder einfach mal im chat eingeben auszeit welche bilder genau also ist auf jeden fall schon weiter bewegt als ich in der ersten nichts nichts schreien nichts das dunkel ja ne alter und erscheinen wir verblendet hier aber gar kein halterwunsch hätte ich dann durchfahren sollen leute sind auf jeden fall da ne weiß ich noch nicht gucken da ist doch nichts schönes dran tut mir leid ich diesen bus was sagt denn der chat die sicht etwas hoch machen keine ansprüche aber die sicht etwas hoch machen was verstehst du noch keine ansprüche junge ja gibt kein um sie video die notstellung war sie ist die bremser abgeflaut ist jetzt ja 5 mal hier so hast du sieben so pfeifen die lose oder so ein diesel da kommt auch nix kein wechsel blicken alles gut ja die kleinen diesel sind aber schon sehr flott allerdings hatte da wie es hat eine automatik schaltung drin wenn er jetzt noch schalten wir wie früher bei dem anderen dinge hier fergertaxe auch geht weiter berg auf ne Dieses Dieselrumpeln, total schön. Nicht so schön wie im 6.8. Das ganze Armaturenbrett vibriert, akustisch. Was leuchtet denn hier? Rot. Bremse gelöst, ja, ich auch. Rio Shuttle, geil. Hier, muss ich. Da war mal eine P-Tafel. Wegen dem Übergang. Beinübergang, geil. Sie fahren. Komm, flieg. Flieg, du Stück. Nicht so schnell. Ja, ja, ich weiß. Nicht so schnell, witzig, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weiß, wie es ist. Beinübergang ist zu. Die Strecke gibt's bei Railsim.de Oh, P-Z-B-Wasser. P-Z-B-Wasser. Warum? Hat irgendwas geplumpen? Ja, das war Sifa. Ja, das war. Müssen wir ja gucken, Mopsi. Ich meine, der Motorsound ist geil, ne? Richtig schöner, diese. Klingst du? Klingt so gleich, wie sie wiederholen. So gut nicht so. Ich halte jetzt überall, was hier auf dem Fahrplan steht. Wenn kein Haltewunsch kommt. Müssen wir durchfahren? Ja, aber vielleicht stehen da Leute, die mitfahren wollen. Wie sollen die denn Haltewunsch drücken? Fahr durch. Wo denn? Hast du es aufgeschrieben? Ich nicht. Vielleicht müssen die dann liegen. Steg Waldhaus. Steg Waldhaus. Waldhaus. Steg Waldhaus. Ist doch übernächster. Ist auch mal schön. So eine Strecke, die kaum beleuchtet ist, zu fahren. Super zum Schaubon hier. Scheiße. Ich habe eine Zwangsäge gekriegt. Nicht gecheckt. Wie geht das? War ich über 60? Nee. Chat. Also ich. Scheiße. Musst du, weißt du wie? Witzig. Aber Zwangsäge piepen heute nicht mehr. Nee. Ja. Also Zwangsäge kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Passieren halt, ne? Dinge passieren. Dinge passieren. Du darfst nicht zu schnell fahren. 45, ne? Weiß ich. Weiß ich. Sag nur. Nicht mehr loben. Das ist mit Kötlitz. Da darf ich halten. Muss ich halten. Das ist Kötl. Kötl. Ohne L. Kötl. 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 Dass die Dinger auch bei ihm fahren. Wir haben keine Ansage. Zwangsbremsung, ne? Haben wir nicht. So, der nächste ist auf Haltewunsch. Ist nun Gehe über. Hör auf. Gehe über, Gehe über. Da muss man ein bisschen klatschen, ne? Ja. 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 Gehe über, Gehe über. Gehe über. Es ist ja schön. Schön ins Dunkle zu fahren. Oh, schon wieder bergauf. Einfach Gas. Ja, alle die jetzt TSW wollen, das ist so ein bisschen schwierig, weil es davon auch keinen deutschen Content gibt. Noch nicht? Noch zwölf Tage? Ja. Es gibt halt noch nicht viel Content dazu. Ich glaube, ich mache daraus einfach meinen England-Ausflug, wie jede Zugbier-Ausgabe. Können wir mal gucken. Ja, oder wir rennen ein bisschen rum. Was leuchtet da jetzt? Was ist das? Was soll das? Halte Wund. Ach so. Was ist mit den Leuten? Wieso wollen die da... Warum wollen die da genau anhalten? Aus dem Dunkeln kommt das Nichts. Durch den kalten Winterabend. Falsche. Also, Susi kommt heute nicht mehr. Ne. Das ist definitiv ausgeschlossen. Alle, die Susi sehen wollen, jetzt ausschalten. Livestream war ich. Ja. Ah, da kommt der Halte Wunsch. In Sicht. Urgifahrscheinlich. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Heute sieht man nicht viel bei uns, Schnee treiben, Dunkelheit, so ist es im Winter. Danke, so muss das sein. Da war doch nichts. Ach Leute. Hey, da blinkt was, hey, ich hab's gesehen, da blinkt was. Eierlige. Stimmt. Hatten wir auch schon ein 20? Wir hätten zwei trinken müssen, ne? Alter. Haben wir das jetzt verpasst? Wie löse ich denn die Bremse? Ich muss auf jeden Fall PZB beidrücken. Ach so. Das ist ja doof. Was war denn da? Ganz doof. Mensch, was war denn da? Hast du gerade zurückgesetzt? Nein, nein, nein. Boah, ich hab's gesehen. Das ist ein Trick zum Anfahren, zum leichteren Anfahren. Ach so. Schwung holen. Der Schwung holen Trick. Mhm. In den Zweitafeln. Was sind denn, bist du auch vorhin schon drüber gestolpert? Was ist denn so eine Scheiße in den Zweitafeln? Das ist so ein Stolperstein für alle, doch für. Was soll der Quatsch denn? Mhm. Ich weiß es auch nicht. Alter mal, ne? Ja, ist ein Haltewunsch. Hätte er auch eben schon rausspringen können, oder? Ja, keine Ahnung. Vor-Signal-Tafel. Vor-Signal-Tafel. Das ist ja ekelhaft. Vor-Signal-Tafel. Das ist wirklich das Unwort des Jahres, ja? Ich muss mir mehr üben. Da bremse ich hart. Hart hier zum Ende gekommen. Der Witsi. Und die Türen auf. Das wollen wir auch von außen sehen, natürlich. Genau. Und die Türen auf, ne? Bin hier auch. Oh, hier. Guckt ihr das an. Gehen ihr auch zu? Nächstes auch mit Haltewunsch. Rotenburg. 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 Böck. 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 So sind die Türen zu? Böck. Nee. Sie sind nicht zu. Ich versuch's ja schon. Jetzt. Ich bin ja ganz automatisch. Automatisch. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Da muss ich nachprüfen. Bauer. Gib Gas, Junge. Warum wird das Wechsel blinkt nicht auf? Hör auf. Alles grün. Nichts restriktiv. Und bergab um 60. Es wird gerollt. Wann machst du denn hier? Ich mach ein Foto. Warum? Ich mach das auf Twitter. Und dann können die Leute sehen, wie wir den Stream sehen. Ja, davor. Die sehen doch, wie wir den Streams. Nee, sehen sie ja nicht. Noch ein Haltewunsch. Nee, ist klar. Alter, was sind das für Fahrgäste, ey? Fahr doch mit nem Zug, den's interessiert. Echt? Was sind das für Menschen? Möchte ich nicht. Hoffentlich hat der Zug Energie Rückgewinnung. Hoffentlich. Ja, ja. Ja, ja. Also, auf Twitter könnt ihr jetzt das Bild sehen. Hat nicht reagiert. Ja. Werd mal drücken. Komisch. Was ist mit der Rohdachpipebahn? Was stimmt mit der nicht? Keine Magneten an den Tempotafeln, ne? Hm, komisch. Du musst immer doppelt, witzig. Ja. So. Ja. Richtig. Noap. Geil, diesen Tischlauf ist mir auch so geil. Das sind die geilsten Züge. Über der P-Tafel ist auch noch so ein Ding, ne? Das sind Doppel-Doppel-Dings. Dieses P war nur für durchrollende Züge. Stimmt, ne? Das hatten wir schon mal. Durchrollend. Alter. Das weiß ich nicht. Ja doch, das weiß ich nicht. Das hier ist T-S 2018. Fahrrad auf dem Boden gemalt. Ah, schön. Guck dir das an. Ah. Fahrräder auf dem Boden gemalt. Da müssen wir eigentlich schon... Da würde ich 10 Punkte für geben. 10 von 10. Recht? Mhm. Geil. Guck mal, und diese... Diese Fach... Hier, dieses Fach... Fachwerkstrukturen am... Ah, ja. Ah. Super. Wie? Das soll so zwangig gewertet werden? Hä? Mhm. Das verstehe ich nicht. Wie leer fahrt. Wir sind da drin. Achso, im Wagen sind... Aber wir sind drin, ja. Fettig. Jetzt muss ich wieder. Ja, jetzt muss ich wieder. Das ist mal anspruchsvoll. Du musst schon viel drücken hier. Das ist geil. Umgezischel. Das ist echt krass. Hörn-Tafel. Der muss halt immer mit Bremse, ne? Ja. Die Basel-Freiburg haben wir nicht im Programm im Moment. Was war das? Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Zwangsbremse. Sie fahrt. Hör auf. Hör auf. Wie? Das ist doch eine Horn-Tafel. Hä? War da einer? Nein. Nee, aber... P-Tafeln sind doch Horn-Tafel. Nein. Wer versteht das nicht im Chat? Hier, wer war das? Sushi zockt. Ja? Was... Was stimmt bitte nicht? So eine Horn-Tafel. Horn-Tafel. Schon wieder. Es gibt hier um Hörner. Und? Schneeschieber hoch. Habe ich gerade nicht dran. Aber Formsignale sage ich nicht. Formsignale. Ja. Hörmchen. Aber das geht nicht mehr runter, ne? Schneeschieber muss man die ganze Zeit... Wir sind gerade an so einem Formsignal-Mast vorbeigefahren. Wir haben nichts gesehen, ne? Nee, ne? Bisschen ungünstig. Aber das Vorsignal war ja grün. Ja. Geht noch. Weiß man nie, was passiert, ne? Steck's nicht drin. Steck's nicht drin. Oh, hier gegenverkehrt. Selbitz. Auch so ein komischer Kast. Rechts laufen die ganzen Drähte von den Formsignalen vorbei. Nein, auch mal aufschütteln. Aufschütteln. Hier zur Beachtung gebracht. Ja. Gut reingebaut, ne? Ja. Sehr schön. Da waren wir schon mal wehend in der Strecke. Viel Liebe reingeflossen. Unglaublich viel Liebe. Das ist der Witz. Guck mal. Mit roter Krawatte drüber. Ohne Brille. Das kann ja nichts werden. Agiles. Alter Schwede. Hier so ein Auspuffrohr. Hier so. Nichts mehr. Keine Dachaufbau. Ein echtes Bus. Einen langweiligen Bus. Sehr schön. Dieselfahrzeug. Da trat da schön. Best halten. Ich glaube, 30 schaltet er. Ja, wir haben dieses Mal so drei oder vier Einsendungen bekommen. Das war schon weniger als beim letzten Mal. Wir haben einfach ein paar Einsendungen aus der letzten Sendung noch in diese Sendung überführt. Wie 40? Wie 40? Warum ist er auf einmal 40? Ich weiß keiner genau. Geschwindigkeitsüberschreitung? Ja, 40 ist auf einmal nach. Hör auf zu spinnen. Ja, das haben wir ja anschauen. Ja, guck mal, jetzt wieder 50. Das ist ein Quatsch. Ja, nur für die Weiche da, ne? Ja. Ja, aber war nirgendwo angekündigt. Signalisiert. Ja. Naila. Gelenkbus fährst du, oder? Wahrscheinlich. Nein, wir sehen keine Smilies, die so durchs Bild fliegen. Das können wir Streaming-Plattformen. Streamen wir schon um Facebook? Ne, ne? Ich hoffe nicht, ne. Nicht bewusst, sag ich mal. Nicht mit Absicht. Ja, 30. 30? Was, 30? Ah, ne, das ist hier das Sifa-Zeichen, ne? Ja. Sonst, bei normalen Locks ist es ja immer 30, unterschritten. Ach, Türöffnungssignal meinst du? Ja. Speed. Speed. Ah, witzig, du hast es gut aufgeholt. Ah, witzig. Ah, witzig. Ah, witzig. Ah, witzig. Ah. Ah, witzig. Ah, witzig. Ah. Dankeschön. Pascal, oder wer war das? Mmh. Pascal Kummer. 2002. Dankeschön. Vielen Dank für die Spende. Oh, Nachtfahrten machen mich müde. Wieso? Glaubst du, wie oft der Thomas Nachtfahrt, ne? Arme Sau. Jedes Mal. Ey, siehst du echt nicht die Formsignale, ne? Ne. Ganz kurz vorher nur, ne? Ja. Aber auch selbst so nicht. Und so hoch. Ja gut, als Mensch hast du auch ein größeres Sichtfeld als diese Kamera da, oder? Ja, aber bei Dunkelheit ist jetzt doof das, ne? Aufplänten ist nicht, ne? Gibt's nicht hier. Ne, Foucault. Das ist Türsignal. Bei 30. Das war aber hier schon, äh, äh, ne Sifa, das war nicht so fast. Ja, ich kann ja eine einfragen, also. Nö, nö. Ist ja noch gerollt. Ich hab von Hand angehalten. Das muss man sagen, ich hab von Hand noch gebremst. Ich hab die Sifa dann freigeschaltet, ey. Ja. Aber gar nicht gepiept. Ich hab' immer Marktnachtfahrten. Auch der Mann, der hier auf, gerade so auf dem Spalt zwischen Gleis und Bahnsteig balanciert. Möchte ich nicht, ja? Geht gar nicht. Schicker. Schub. Oh, von 0 auf 40 in 20 Sekunden. Alter. Schalten. Nach welchem Spiel sollen wir gucken? Ohne halt. Der Mopsi macht die erste Chips-Backung auf, siehste. Der hat uns versprochen, dass er bis zum Ende bleibt. Bezieht dieser Rauch. Das ist Brauchentwicklung hier im Führerstand. Kann ich nix für. Soll ich's Feuerwehr rufen? Schmordbrand. Muss es Schmordbrand sein. Irgendwo in der Elektrik. Den Kalender hat der Paketseinsender gewonnen. Ja. Ja. Den gab's nicht, den haben wir als Dankeschön. Gehen wir den zurück. Dankeschön, Pascal. Nächste Spende vom Mati. Vielen Dank für die Spende. Vielen Dank. 10 Euro. Krass. Alter Schwede. Ist ja fast der Kasten Bier drin. Ja. Danke, danke, danke. München-Rosenheim. Weiß nicht. Stehen hier die Leute rum. Ohne alte Wunsch. Mit nem Bahnsteig eingebetoniert. Mit den Füßen einbetoniert? Ja. Weil ich Bock hab. Ja, der Mopsy hat noch Berner Würstchen vorrätig. Ohne einer, danke. Hier wird gespendet, gespendet. Vielen Dank für die Spende. Savius 89, auch 10 Euro. Vielen Dank. Boah, das ist voll lieb. Vielen Dank für die Spende. Wer hätte es halten müssen? Gar nicht. Wird sie? Gar nicht. Du hast es verkackt. Ich hab nicht verkackt. Nee, das war eine Haltewunsch-Verkackung. Gar nicht. Gar nicht Verkackung. Wenn der Thomas das sagt. Hat doch nicht geleuchtet. Haltewunsch hat nicht geleuchtet. Hast du das gesehen? Ja. Achte doch drauf, was ich hier mache. Thomas. Stimmt mit dir nicht. Thomas das sagt. Stimmt mit dir nicht. Der ist Lokführer. Ja, als ob der jetzt hier den Haltewunsch, die Lampe gesehen hat. Der ist Güter-Lokführer. Der sieht alles. Der hat gar keine Ahnung vom Passagieren. Ja. Der weiß gar nicht, wie Fahrgäste geschrieben werden. So ein Quatsch. Der ist auch schon mal Passagier-Dings gefahren. 30, 30. Vorsicht, 30. Hab ich gesehen. Bestätigt. Guck mal, blinkt sogar mal die PZ-Ber. Voll schön. In deinem Kopf. Karl, das tötet Leute. Das tötet Leute. Danke. Ah, wie Anfang für die 30. Vielen Dank für die Spendung. Jetzt kommt hier echt noch ein 30. Hier ist der Hattel-Programm gespendet. Danke, Pascal. Vielen Dank für die Spendung. Kommen wir da zum Stehen, hä? Hä? Was? Wie gefällt das bei dir so? Das ist ja ekelhaft. Boah, ekelhaft. Iiii. Iiii. Wie das riecht. Braucht er noch einen. Hm. Nee. Oh, schöner VW-Bus rechts. Ja, mit Britsche. Hm. Schönes VW-Bus in der Welt. Mit Britsche. Dankeschön. Hä? Pascal Kummer? Nee, Pascal war vorhin schon. Ah, ALX941538 hat 5 Euro gespendet. Vielen Dank für die Spendung. Vielen Dank. Sehr liebenswürdig. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Da sagt einer, äh, Kias sagt, die Feuerwehr wartet am nächsten Bahnhof. Was soll irgendwas übertunen? Vielleicht deswegen. Ekelhaft. Äh. Festhalten. Ist das, äh, ist das halt Kirsch? Kirsch? Oh Gott! Oh, diese Beschleunigung. Beschleunigung ist Kräfte. Alter. Jetzt kann ich gerade wieder nach vorne. Oh, jetzt hast du gerade nach vorne gearbeitet. Krasses Ding, ey. Heißer Feuerstuhl. Diesel-Dinger, die haben auch einen Anzug wie die Hölle. Anzug aus der Hölle. Diesel-Gate. Geil. Ja, aber ja. Nächste Station. Leichling. Ausstieg in Fahrtrichtung. Nächste Station. Hölltal. Helltal. Helltel. Hell Valley. Hell Valley. Hell Valley. Hell Valley. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sicher? Weiß nicht. Könnte mal sein. Mein Gott. Ich muss auch mal ein bisschen, äh, ja. Fahr mir überhaupt hin. Rodachtalbahn. Gibt es da Ziel? Hat die irgendwie eine Endstation? Stimmt. Ja, Rodachtalbahn hört sich so an, wie geht durch ganz Deutschland. Kann mir gar nicht sagen, wo es hingeht. Guck mal hier. Durch die Schlucht. Badstäben. Wir werden alle. Badstäben steht dran. Wir werden alle. Wir werden alle sterben. Badstäben. Wir werden alle. Badstäben. Badstäben. Oh, ich hätte hier anhalten dürfen. Nee, ist kein Haltewort, oder? Nö. Bahnhofsverpeilung? Nein. Doch, ich habe sowas gehört. Nein. Die Geschwindigkeit fällt rapide. Witzig. 2,6 Kilometer Badstäben. 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 Guck mal, wenn man Luftpresse so ein bisschen abtickern lässt. Besser? Ja. Aber es ist das Fahrgeräusch, das ist komisch. Nee, das geht gleich wieder weg. Pass auf. Egal, wie viel Gas ich gebe, das geht irgendwann gleich weg. Das ist, wenn auf 10 ist. Das ist, wenn auf 10 ist. Das ist, du willst nur eine Bedarfshalt. Ja. Also verbeilt, hat keiner gedrückt. Musst du drücken, wenn du raus willst. Das ist ein Testbahnhof. Vorne keine Fahrräder, habe ich gesagt. Hört ihr auf mit den Fahrrädern. Setze ich woanders hin. 6,72er, gehe ich nicht. 6,72er? Geh nicht. Also Diesel-Triebwagen wahrscheinlich, wenn es mit der 6 anfängt, oder? Komisch, ja. Habe ich meiner Freundin die ganze Zeit versucht beizubringen? Warum? Meinem Kollegen die ganze Zeit versucht beizubringen. Versteht der nicht, wie, warum. Aber das ist auch in Station Bad Steben. Ja. Er macht aber eine sanfte Landung, nicht so wie sonst. Eine sanfte Landung sogar so. Ganz so, weißt du, dass du so rein, wie so ein kleines Federchen. Ja, griechen. Oh, Feuerhorn, ja. Da war eine P-Tafel. Ja. Ist gut. In Bad Steben, so ein bisschen, da ist auch ein, äh, hinten ist auch ein Endblock, ne? Ja, ja. Hier so ein, äh, und da willst du stehen vor. Ja, also. Wie eine Feder. Ja, ja. Stell dir eine Feder vor. Ja, ja. Und da so. Na, so eine Kurve, ne? Ja. Aber bitte mit Alarve, siehst du? Der Game 44. Der Julian. Wie eine Feder. Mit 30. Du musst dir das einfach vorstellen. Mit 30. Wie eine Feder. Da war gerade 30 angekündigt. Wie soll ich da wie eine Feder reinschweben? Das ist reinkriechen wie eine Schnecke. Da ist gleich Ende. Da ist nichts mit wie Feder. Wie läuft der denn da jetzt? Nächster Altblatt Steben. Endstation. Bitte steigen Sie aus. Jetzt PZB Wasser und drücken. Danke. Und? Wie eine Feder. Federchen. Wir fühlen uns alle wie eine Feder. Feder, 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 Feder. Wir müssen uns visualisieren. Das ist eine Zwangsbremsung. Nein, die Feder macht so. Nein, die Feder macht so. Komm, eine kleine Zwangsäne noch, ne? Warum nicht? Jetzt noch eine kleine Zwangsäne. Zwangsäne ist vorbei. Stellwerke ist autarko. Stellwerke ist autarko. Wir sind da. Wir leben. Wir leben. Oh Gott, wir sind lebend angekommen. Witzig ist das perfekt. Ja, ne? Drehzug da noch. Diesel. Boah. Die können schnell explodieren. Diesel ist ja hochexplosiv. Oder ist noch nie. S-E-K-R. Gehe ich nicht. Säcker. Ja, das ist der Szenarioersteller. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Haben wir ja auch, habe ich rausgesucht. Hast du gut gemacht. Das war keine Einsendung. So, Pause, kurz, bis gleich, Fahrerwechsel. Tschö.